Ich bin Colin, bin zehn Jahre alt und möchte gerne das Graffiti-Kind werden, weil ich, wenn ich groß bin, mich noch öfter sehen möchte. Ich heiße Tyler Bulat, bin neun Jahre alt und ich bin ein Magdeburger Kind und möchte das allen zeigen. Ich bin Finn Böttcher, zehn Jahre alt und möchte Graffiti-Kind werden, weil Mama und Papa zur Arbeit immer da vorbeifahren und mich dann grüßen können. und ich bin ein Angel. Und ich bin ein Angel. Ich bin